Elstern sind bekannt für ihr komplexes Sozialverhalten, bilden oft dauerhafte Monogamie und beteiligen sich an der kooperativen Zucht, wobei die Jungen der vorherigen Saison helfen, neue Nachkommen aufzuziehen. Die Vögel haben in verschiedenen Studien bemerkenswerte Problemlösungsfähigkeiten gezeigt und Fähigkeiten wie den Einsatz von Werkzeugen, die spiegelnde Selbsterkennung und sogar das Verständnis von Begriffen wie Objektpersistenz demonstriert. Eine interessante Tatsache über Elstern ist ihre Gewohnheit, glänzende Gegenstände wie Münzen, Schmuck und Schmuck zu sammeln, was zu ihrem Ruf geführt hat, glänzende Gegenstände zu stehlen oder zu horten. Elstern sind nicht nur Stimmvögel, sondern auch sehr laut und haben eine Vielzahl von Rufen und Geräuschen, die für die Kommunikation innerhalb der Gruppe verwendet werden, um Gefahrensignale auszusenden und Territorien zu errichten.